Alex, du musst alleine sein. Ich hab keine Angst vor mir. Ich hab keine Angst vor mir. Ich hab's Foto. Ich hab's Foto. Ich hab's Foto. Ab. 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 Wie kann man ein Geist ist eigentlich? So 6¢ mäßig. Aber hier war's bereits relativ leise. Ich hab gerade ein bisschen mehr. Tut. Ich hab hier 10 Grad kurz. Schaukelstuhl. Hier oben ist alles safe. Kein Knochen, keine Temperaturen. Hier unten ist es. Am Schaukelstuhl. Hier unten am Schaukelstuhl ist es irgendwie sehr kalt. Okay. Direkt am Schaukelstuhl, ja. Ja, hier ist der ganze Sto-Bereich. Ja, der ganze Vorraum hier. Stimmt. Hier gehst du grundsätzlich auf dem Schau. Bis hierhin. Mach das Licht an. Glaub ich von dir. War das für Kopfkopf? Mach das Licht an. Hab ich, glaub ich. Hab ich, hast du das Gericht verstanden? Ja, hab ich. Ich werde. Ich auch mal. Öffne eine Tür. Die Richtung, wo du guckst, auf jeden Fall kreisse kein Orbs. Mach Krach. Kannst du sprechen. Ich bin alleine oben. Tui. Er hat geantwortet. Ich hab ne Antwort gekriegt. Ja. Es soll weggehen. Nice. Dann haben wir schon mal. Äh, wenn wir noch Gefriert-Temperaturen kriegen, ist das ein Dämon, oder? Hox, oder? Hox und Buch. Hammer. Ja. Ja, Dämon bei. Ja. Viel Spaß. Ich hab meinen Part erfüllt. Außer der Leader sagt, ich soll noch mal reingehen und ein Foto schießen. Ey, wir gehen alle rein. Klare Ansage, Fabi. Klare Ansage. Ich bin nicht zum Dämon. Aber jetzt kann er aktiv sein. Doch, ob es noch nicht mehr aktiv ist. Gerade jetzt rein, damit er sich zeigt, weil er aktiv ist. Gerade jetzt. Und wie aktiv ist. Gut. Der war gerade hier. Der war gerade hier an der Puppe da in der Ecke. Hat Licht ausgemacht. Der hat gerade hier an der Puppe irgendwo gerülpst. Und jetzt? Genau, vor mir. Ach da. Und hier, Finger. Und Alpha? Ah. Ah. Okay. Und er hat mich gejagt. Wie die beiden raus, oder? Oh, ne. Ich hab schöne Fotos gemacht. Sehr gut. Und da haben wir jetzt, was es ist? Ja, wir haben alle... Wir haben Fingerabdrücke, ja. Oder? Insofern haben wir alles. Das ist kein Dämon. Ja, gut. Da noch ein Geist. Aber es zählt nicht als Fingerabdrücke, ne? Das sind nur Fußabdrücke. Und da steht nicht, dass es schon weiß. Stimmt. Dann müssen wir nochmal den Schalter fotografieren kurz. Ach so, auf dem Schalter war Fingerabdrücke. Ja, hier rechts auf dem. Ah, okay. Echt? Ich seh nichts. Links am Schalter? Mach mal das Licht aus, dann sieht man's. Oh, er ärgt. Piss dich. Guck mal, hier Alex läuft. Ja, jetzt haben wir auch Fingerabdrücke dabei. Richtig guter Start, ja. So, neun Minuten ab jetzt. Viel Spaß. Wir gehen wieder hoch. Ja. Wow, Teddy. Schlüssel. Knochen. Wir haben den Knochen gefunden. Nice extra money schon mal gesichert. Sehr gut. Die creepy Dachboden waren. Ich würde erstmal hier unten alles durchschauen. Ich hab mitgenommen. Ich hab mal Autoschlüssel gefunden und mitgenommen. Sehr gut. Es ist extra Cache. Es ist ein Autocloud ins Kopf. Wäre cool, wenn der mal auf dem Dachboden ist. Wir schauen nochmal in unsere ersten Räume. Ja, doch. Ich hab mal die Haxen. Genau. Meike hat das Hüpfer schon mal bereit. Das ist genau hier, Meike. Okay, wir kommen. Kannst du mich hören? Bist du männlich? Bist du weiblich? Willst du, dass wir gehen? Willst du mit uns sprechen? Ich geh sicherlich alleine in dem Ding. Achso, wo seid ihr jetzt? Ich war genau neben dir und dann rennst du auf einmal raus. Achso, ich hab das gar nicht mehr gesehen. Ich dachte, ihr seid alle noch im Ding. Ich saß hier in der Ecke und hab gewartet, dass was geht. Ich hab nur Bewegungsmelder und Ufraudicht geholt. Aber einer könnte im Schwach sitzen für Orbs zum Gucken. Kannst du reden? Ich mach mal die Lichter aus. Willst du, dass wir gehen? Oh, Handabdruck. An der Tür. Hab ihn. Kann ich das mal wegschreiben? Wobei, das zählt als Interaktion, nicht als Fingerabdruck. Geh nochmal drauf, bitte. Zählt auch nur als Interaktion. Naja. Bist du weit weg? Dass wir gehen. Du freust dich. Oh, ich bin grad mal rausgekommen. Oh mein Gott, oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Hat der gerade gejagt oder? Ja, der hat gerade losgejagt, die Tür ist zugegangen. Die Tür ist gar nicht zugegangen. Naja, ihr Penner. Der hat gerade angefangen zu jagen und uns hat keiner zugemacht, wirklich. Jetzt hat wahrscheinlich nur das Licht geflackert, oder? Der hat auch die Tür zugemacht. Ich hab ihn gehört und bin losgelaufen. Ja, der war gerade hinter mir und dann ist, wenn ich... Wollte ich raus, dann... Also Tutsu. Was brauchen wir noch? Ja, das wäre aber übelst geiles Timing gewesen. Zwei gehen raus, einer bleibt drin und der tötet den. Wir brauchen noch Crucifix-Action. Liegt das schon da? Das ist noch ein Crucifix? Ich hab schon eins drin in den Regen freigelegt. Gut, dann brauchen wir noch ein Foto von... Der Blähungsmeller funktioniert auf jeden Fall. Ist sehr gut. Wenn man das sehr gut nennen möchte, dass der direkt dort ist. Kann man jetzt für so eine Weise... Nur Fingerabdrücke bisher, ne? Nur Fingerabdrücke bisher, ne? Achso, äh... Liegt das Buch schon da? Ich gucke mal nach Orbs. Ah, warte, passt. Ich hab ein Bild. Der Geist hat die Tür zugemacht, oder warum? Ne, ich hab die Tür zugemacht, damit fei... äh... die Orbs... Ja, nichts zu erkennen hier. Keinerlei Orbs in der Richtung. Och... Der hat mir genau ins Ohr gehaucht, als ich die Kamera nochmal gut achtet habe. Hehehe... Dämon ist auf jeden Fall nicht. Der ist viel passiv. Dämon hast du auch keine Fingerabdrücke, oder? Spirit, Gespenst, Poltergeist, Banshee... Wir werden noch ins... Eins haben wir noch, eins hab ich schon drümmelt. Das Buch liegt auch schon passend irgendwo? Ja. Ich nehm mal noch ein EMF mit. Ja, ich hab Salzchen gepackt. Hahaha... In einer perfekten, viereckigen Form. Aber warum bitt dir Salz draus? Bucheintrag. Spirit, Revenant. Emf ist bei Revenant. Und Geisterbox ist bei Spirit. Also nur noch EMF oder Geisterbox. Bade vor der Tür hier mit. Da ist ein Fußabdruck am... am Licht. Oh, der ist ja drinnen. Ich hab auch gehört, aber nicht gesehen. Also ich hab sie gesehen, der da rumgesummt. Erst mal ein schönes Mädchen, was gesungen hat, ne? Ne, ne Frau. Ich hab Bilder gemacht. Alter, ich hab übelst Panik gekriegt. Aber wir hatten keinen 5er EMF, oder? Eigentlich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, ich hab meinen EMF zu spät angekriegt, nachdem ich Fotos von ihr gemacht hab. Ja, die letzten beiden Bilder sind die Fotos. Ich werf meinen Apparat mal weg, der hat keine Bilder übrig. Irgendjemand hat der Geist ins Ohr gehaucht, ne? Das hab ich noch gehört. Ja, das war... Ich hab's auch gehört. Ich hab's mit dem Loshau. Oh ja, auf jeden Fall hat das Kruzifix auch gewirkt, nice. Das ist schön. Deswegen stand die nur dort rum. Sehr gut, Alex, sehr gut. Danke. Äh, zu Sanity ist auch relativ. Bitte sind drei nochmal rein. Achso, wir haben alle vier. Wir haben vier. Smarties. Einmal dem, genau. Dann wird eine Sanity mitkommen. Geisterbox oder EMF sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Das Gerät liegt hier im Sprint. Ich hab keinen Platz fürs Gerät. Ich hab keinen Platz fürs Gerät. Ich hab keinen Platz fürs Gerät. Willst du, dass wir hier sind? Kannst du sprechen? Bist du freundlich? Bist du ein Geist? Abflug. Ja, das ist ein Geist. Eins, Spirit. Das ist, was wir vermutet hatten, ja. Ah, wir haben bisher nur die chilligen Geister. Da gibt's noch ganz andere. Also, wenn da ein Revenant oder ein Demon gerade trittet, dann werden wir, glaube ich, schon... Letztes Haus auch schon, wenn's ein Demon. Aber das war auch wieder so ein Spirit, der nur ein Schatten war, oder? Der war auch nur ein Schatten, ja. Stand die ganze Zeit als Schatten dort an dem Bücherregal. Kann sein, dass wir sich materialisieren wegen dem Crucifix oder so? Das kann gut sein, dass das am Crucifix liegt. Spirits nur... Nein, 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 nein. Okay, fab ab. Wir haben alle drin, das Spirit, dann ist es mir drin. Wir haben aber richtig viele gute Bilder gemacht. Sehr gut. Ja. 225 Dollar, stark. Mehr geht gar nicht, oder? Keine Ahnung. 25 Dollar für Fotos. Ich glaube, mehr hatten wir noch nie. Mhm. Ich hab auch gleich zwei Level aufgenommen. Top Level 50. Sehr gut, Gruppen und Alleinregerber. Salz, Kutze, Fix und Räuchern. Mary Thompson. Die hatten wir schon mal. Oh, die hatten wir wirklich schon mal. Da ist ein Wiesel gestern gestorben. Ah ne, die ist Mary Thomas. Wir haben heute aber auch Glück mit der Geisterbox, dass die da auch auf Gruppen antworten. Räucherschelbchen. Okay. Räucher, Salz, Kuss. Ja, wie immer, null Minuten ab jetzt. Hoffe ich gut, es geht irgendwie heute. Aufteilung wie immer. Ja. Ja, hier ist nur flach, glaube ich. Dann gehen wir in den Keller. Oder in der Katze. Ja genau, das war die Hütte mit Keller. Wir haben viel zu viel Spaß für ne professionelle Geisterjagd. Hoffe ich gleich die Hütte, dann ist es ruhig. Ja, das wäre geil. Ich glaube wir haben den Knobblech am Engang gefunden. Oh, Telefon. In der Küche. Ja, in der Küche ist auch kalt. Ja. Hat jemand Kamera mit schon? Kamera habe ich mit, ja. Komm mal mit, Fabi. Komm mal mit. Guck mal, ob du den Knochen siehst. Hm. Wenn du hier reinguckst, unter das Handtuch. Siehst du das? Was da am Boden liegt? Ja, genau. Ich stehe da kein Knochen, aber ich halte mal drauf. Mach mal bitte ein Foto einfach, genau. Jetzt nehme ich den mal weg. Ja, das war der Knochen. Ja, auf dem Bild sieht man es auch. Also sieht man es nicht, also ich sehe es nicht, aber es steht dran, ja. Gut. Okay. Vielleicht bugt das immer mal. Ja, entscheidend. Hab mir die Lichter aus. All EMF. Strom ist raus. Boah, komm, wenn ich da, ist das EMF. Boah, Gefriertapparatur nochmal schon mal. Auch schön. Könnte ein Dämon sein. Ach, hör doch auf, Mann. Wie viel haben wir denn? 2 nur. Gechillte 2, ja. Danke für Strom. Wo liegt denn der zweite, das zweite Kruzifix? Ich habe ihn jetzt hier in den Vorraum geschmissen. Das liegt hier auf dem Tisch. Ach da. Kannst du mich hören? Sind dort Geister? Okay, der ist ganz schön aktiv, was das angeht, ne? Bist du das 4G, Herr? Wie alt bist du? Schreib ins Buch. Bist du weit weg? Bist du freundlich? Bist du männlich? Bist du weiblich? Schaust du mal nach Orbs, Andy? Jo. Er reagiert doch nicht, ich habe. Aktivität ist bei 1. 3er, EMF. Okay, ich glaube, ich gucke gerade Alex zu, weil der guckt an die Decke rauf, oder? Ne, ne, das bin ich nicht. Ich geh zu den Haub. Dauerhaft auf 3. Aktivität ist gerade bei 4. Er ist wieder runter auf 2. Auf 0. Auf 0. Äh, ich weiß gerade nicht, wer mich zu... Wer hat denn... Wer hat denn... Äh... EMF'n? Das habe ich in der Hand. Äh, das habe ich in der Hand. EMF 4. Er hat mir die Fresse gehaucht. Oh, das bleibt der Masch. Alter, ihr Schweine. Ach, du bist nicht noch in den Sohn, sorry. Haste ich nicht so. Er hat doch nicht mal gejagt. Er hat mir nur ins Ohr gehaucht, als ich da war, aber richtig schön laut. Und ich hatte ein 4er EMF und wollte noch gucken, ob es auf 5 hoch geht, aber ging ewig nicht. Und dann waren die Säcke hier weg. Ja, ich nehme jetzt die Videokamera noch mit. Das ist irgendwie... Mit der Kopfkamera, ich sehe da aber nichts. Ich meine, weil die meisten auch immer an die Decke nach oben gucken. Ich weiß gar nicht, wie es so läuft. Also ich habe schön in den Raum geguckt, gerade. Die ganze Zeit. Oder aufs EMF halt. Könnte es denn sein. Wir haben nur geschlitten, Barton bisher, oder? Ja, vielleicht auch Buch, dann ist es bestimmt Dämon. Ich hoffe, da ist das irgendwie da. Für der Rechtaktiv ist es. Darry Johnson wird uns das bitte zeigen. Hat von euch einer den Zeller da hingelegt? Mikrowelle? What? Man kann die Mikrowelle anmachen? Das war der Geist. Da steht ja keiner von uns. Geh mal nach Obst, guck. Ja. Oder auch nicht. Ich glaube, hier stirbt was neben uns. Ja, Wiesel stirbt gerade. Ich habe nur fotografiert, als eine gekrochen kam. Oh, wie? Neu, wie steht das? Ich habe ein Foto gemacht. Da macht die Wiesel, wer hat ein Arbeizkratz-Sieger-Chillung, wie ich da das rein? Ja, 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 ja. Ich habe ein Foto vom Geist auf jeden Fall gemacht. Der kam auf mich zugekrochen. Also, an meinem Bild steht nichts dran bei dir. Echt? Das wäre übrigens tragisch. Hast du genau erwischt, als er kurz unsichtbar war? Oh, die Sanity ist auch richtig runtergegangen. Scheiße! Wir haben keine Geisterbox gehabt, oder? DMF war auf 4, nicht auf 5. Geisterbuch stand nichts drin. Ach, Mann. Warum musst du so ein Scheiß auch mal über meinen Bildschirm machen? Nach Obst können wir schauen. Da ist Sanity-Pil bitte schruten, bitte. Geht gerade nicht irgendwas. Da war noch ein paar. Doch, warte mal. Guck mal da in dem Vorgorum. Unten links fliegt manchmal was durch, glaube ich. Geh mal schnell drauf hin. Ja, ja, stimmt. Ja, da war ein Ort. Okay. Sehr gut. Ach, Gott sei Dank. Warphammer und was haben wir gestriert, Temperatur? Phantom oder Maro oder Jura? 3 noch. Geh mal durch. Einer von den 3 macht doch immer übelst, äh, übelst Bambule da mit Zeug. Jura's haben stärkeren Einfluss auf Geisteszustand. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sein könnte. Wir waren recht low. Wenn wir den ausräuchern, wird er längere Zeit seine Bewegung einstellen. Müssen wir eh noch machen, oder? War doch eine Aufgabe. Räuchern. Ja. Maro ist eine höhere Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Schaltet man Lichter um einen Maro ein, ist die Chance angegriffen zu werden eher gering, wenn's Maro ist. Wärten wir Geisterbox. Aber Licht hat mir gerade überall an. Ich glaub, Maro ist so raus. Jura wäre Geisterbuch noch. Weil wir es uns doch die ganze Zeit Dunkel hatten, Andi. Phantom wäre EMF. Äh, fotografieren sie das? Phantom verschwindet ist temporär. Ich hab, äh, das ist ja nicht passiert. Du hast es ja nicht erwischt. Ich hab, auf jeden Fall, ja, ist halt, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das dann zählt, keine Ahnung. Hatte Wiesel ein Fotoapparat? Ne, wir haben hier noch einen. Also, wir haben eh noch kein Bild vom Geist, müssen also sowieso nochmal rein Salz und räuchern. So, wie viel hat der Fotoapparat hier? Auch drei, okay. Klappsen. Ja. Sehr gut. Wo ist denn, Andi? Andi, wieso bist du im Bug? Wer will doch eine Lampe brauchen. Kamera. Mach mal kurz auf Andi. Achso, ihr habt ihr jetzt alle betet. Irgendwann ist auch noch eine Kamera hier. Welche Tür war das? Engel. Nicht uns. Es ist Richtung rechts. Wieder eine 4. Ich krieg keine 5 EMF. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Eine Geisterart hat mir dabei, die im Dunkeln jagt. Zeig dich. Zeig dich. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Dann werden wir jetzt ausgeräuchert, ne? Kann sein, dass sie erstmal nicht kommt. Ja. Schreib ins Buch. Larry Thompson. Larry Thompson. Larry Thompson. Larry Thompson. Larry Thompson. Larry Thompson. Ich glaube, du bist zu weit weg, Alex. Larry Thompson. Larry Thompson. Larry Thompson. Larry Thompson. Larry Thompson. Yep. Ich bin hier. Was ist das? Wir sind hier wieder in der Höhe. What the heck? Hä, wie ist die hier reingekommen? Ich habe sogar mit dem Zug gerade. Ich habe ein Foto vom Geist. Der Kapsel ist in den Leder. Alter, guck dir das runter. Das ist die kleine Situation, wo ich den Geist rufe und Fabi töten muss. Ich hasse dich, Halix. Fabi, wenn du deinen Geist... Es tut mir leid. Was, da steht nicht mal Geist da? Die ist im Schlafanzug neben dir. Ich habe zwei geile Fotos gemacht. Hä, ich sehe keine Fotos bei dir. Hä? Guck mal am Journal. Ja, mach ich doch mal raus, ich sehe keinen. What? Ich mache die von Fabi, toter Körper. Ich habe auch bei Wiesel keinen toter Körper im Blumen stehen. Ich habe auch Fabi, ein Stück Fabi sehe ich. Ich komme Salz ansonsten. Was, da ist der Geist bei dir nicht raus? Ach, Mann. Ich mache da jetzt ein Bild von, ey. Übelst perfektes Bild von dem Geist, denn er steht nicht da. Bist du schon eingestellt was? Wiesel? Kannst du ja als Geist auch noch machen. Ich bin eingestellt. Huch! Oh nein! Das war mein letztes Foto. Das ist ja noch nicht klar, oder? Ich habe noch 500. Nach den Beweisen bisher würde ich sagen, am wahrscheinlichsten ist Mare. Wir müssen ja aber noch gucken, ob der jetzt ins Buch geschrieben hat oder irgendwas gemacht hat. Was haben wir noch? Mal Schiff. Schlimm ist nicht, 5 macht die. Alter, meines Erfels. Naja, die wird direkt wieder jagen über den Führte, ne? Die genau zwischen uns beiden war, ey. Ich habe mich so erschrocken. Bist du zwischen den beiden und killt dann mich? Das ist so unfair. Ähm. Der ist lange bei, äh, Alex rumgetornt. Er hat immer vorgeguckt unten vom Keller und dann ist er auf einmal in dein Zimmer reingerannt, warte ich. So ein Schwachstins, Geist. Die Motta wieder an, äh... Vor allen Dingen, die ist übelst weit weggelaufen. Du warst ja ziemlich weit weg, ist dann straight eingelaufen, warte ich. Richtig komisch, ja. Die sind durch den ganzen Robits gekraut. Die Spreben sind neu hier. Ist cool. Oh, sie hat ins Buch geschrieben, oder? Sie hat ins Buch geschrieben. Haben wir ja Glück. Mach du hin, du doch. Ja gut, wir haben aber noch kein Foto. Jurei. Ey. Wer darf hier als Foto sehen, was ich da in der Foto vorgestellt hab? Also, das braucht kein geiles Bild hier. Ne, bei mir ist es noch frei. Super, ne? Okay, das seht. Haha, ein geiles Bild. Vielleicht steht's noch bloß im Buch nicht da. Bei uns im Journal. Das ist nicht als Geisterb... Äh, als Geisterfoto. Wir haben alle Geisterbuch und damit, äh, Jurei drinnen. Oh, wie ich Jurei predicted hab. Wegen der Sanity, die bei uns so kurz da runterging. Jaja. Okay, werf mal raus, wenn ihr fertig seid. Bist du fertig? Dann werf ich raus. Ja. Okay. Ich hab nix von der Versicherung gekriegt. Ich hab nix von der Versicherung gekriegt. Ich hab nix von der Versicherung gekriegt. Ich hab die auch fotografiert. Ich hab's auch gesehen im Buch. Ja. Ich geb's aber tut und komm, oder? Ja. Echt, ich sag, ach, was ist das? Erst werd ich gekillt, wo die bei euch steht und nicht bei mir. Und die kommt dann ewig zu mir hingelaufen. Durch ne verschlossene Tür. Wie geil das war. Wo ich komplett ruhig war in dem Raum. Alter. Und wo ich sie 10.000 Mal gerufen hab. Und wo ich sie 10.000 Mal gerufen hab. Was zur Hölle. Jetzt hab ich noch extra Aufwand. Weil ich jetzt noch das Bild ins Video editieren muss dann. Wenn's denn ein Video wird. Aber nachdem Alex mich wieder gekillt hat, wird das wahrscheinlich ein Video. Das tut mir leid. Das war... Warum sich diese schweren Zeiten immer weiter. Wieso hattest du auch die Tür zu bei dir, dass die nicht gekillt hat? Oder hast du vergessen die Tür zu? Nee, bin ich gar nicht mehr dazu gekommen, ey. Wenn sie gerade zu machen, dann hast du schon die Ende. So, 5 Minutes ab jetzt. Äh, Alex, ich gehen wie immer nach rechts. Die ganzen anderen Leute, die wir mit haben, nach links. Sehr gut. In der Minute, wo du nicht da warst, Fabi, haben wir das geklärt. Ich hab' ne Tür gehört. Ich hab' ne Tür gehört. Wir haben uns wohl schon mal ne Tür hier. Okay. Ich hab' auch grad' ne Tür gehört hier irgendwo. Ja, ich hab' keine gehört. Es muss oben sein. Wir auch. Ich hab' ne Tür gehört hier. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Oh, ich schulde. Okay. Knochen haben wir gefunden. Sehr gut, äh, bei uns läuft irgendwo Wasser. Stopp, Wiesel. Wir haben den Raum. Badezimmer, rechte Seite. Ist bei euch? Jo. Okay, lass dich mal kurz alleine fahren, Wiesel. Lass mich mal alleine, ich renne blieb. Ja, wir gehen alle mal fix raus aus der Schule. Jawohl. Ja, ich wäre entspann. Ich bin drauf. Ja, ich bin drauf. Nee, ich bin drauf. Da muss man anscheinend echt Glück haben mit dem was man den fragt, ne? Kann gut sein, ja, dass man da echt mehrere Fragen durchgehen muss, dass da was passende... Oh, könnten Dämon sein, cool. Könnten Dämon sein, cool. Ja, weil Alex noch alleine drin ist. Du findest dich raus, Alex? Noch eine Minute. Na ja, cool. Kameras ready, wenn jemand guckt. Die Minute müsste auch um sein dann. Wir haben gerade keinen im Truck. Ich schau kurz, ob er gefingert hat. Gibt's den Lichtschalter? Ja. Ist auch nichts dran. Doch, da sieht doch was. Ah, hier. Man hört ständig Türen hier. Das ist blöd, dass jetzt keiner im Wagen ist. Ich geh, aber ich hab hier wieder leeres Inventar. Ja, okay. Ich hab auch gerade wieder leeres Inventar. Ja. 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 Die Heizkrank, die ist nicht. Leuchtet mal kurz nicht da rein. Wir wollten mal gucken. Ist das ne UV-Kamera die da drin liegt oder ne normale Lampe? Das ist eigentlich ne UV, soll ich die wegnehmen? Das hier steht vor uns. Wir sind in den Nachbarklassenraum gegangen, die stand dann eine halbe Stunde neben uns dann. Ich habe zwei Bilder gemacht oder drei oder so. Sollen wir nicht noch mal rein oder irgendwas rauskommen? Ja, da falle ich. Ich bin vorhin noch. Ja, 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 ich muss mich nur erstmal beruhigen und vom Geist weg. Wie gesagt, das war gegenüber, waren wir kurz in dem Klassenraum, während ihr dann nach Geisterops geschaut habt und dann stand ihr auf einmal neben uns. Ich habe zwei Bilder gemacht, die stand da, weiß ich nicht, sechs, sieben Sekunden. Am Kult vor dir. Am leerer Pool stand die, ja. Also Geisterfoto haben, da brauchen wir nicht mehr. Geisterfoto haben, da brauchen wir nicht mehr. Ich bin hoch. Ich bin hoch. Fingerabdruck, einmal fotografieren bitte. Jemand mit Fotoapparat hier am Lichtschalter. Ich kann es wieder mal nicht tun. Danke. Beweise. Beweise. Beweise haben wir. Beweise haben wir. Oh, jetzt ziehe ich. Gute Brücke. Wir haben das Buch. Wir haben alles. Hat ins Buch geschrieben. Abmorsch. Ich finde, das ehrlich gesagt nicht gut, wenn es gerade abläuft. Wir haben vier Aufträge gehabt. Drei, wo ihr Lieder wart, ist keiner gestorben. Wir haben ihn aus der Perfekt zur Ende gebracht. Einer, wo ich, den ich hatte, sind zwei gestorben. Ja, das ist eben, manchmal hast du einen guten Lieder und manchmal nicht. Was willst du machen? Gute ja, ich würde auf Pflicht zurück. Ich bin auch nur froh, dass die gerade nur da stand in dem Klassenraum und nichts weiter gemacht hat. Geisterbox, Fingerabdrücke, Geisterbuch. Geisterbox. Ein Spirit. Schon wieder Spirit. Ich habe das dritte Mal gehört das Spirit. Ja, dreimal Spirit, da wo die einfachen Aufträge waren. Und einmal hatten wir nicht. Ja, ja, die einfachen Aufträge. Aber das hat gar nichts damit zu tun. Lassen wir uns. Ja, Kruzifix hat gar nicht gewirkt. Schade. Aber es ist nur ein einfacher, das wirkt nicht. Ja. Können wir das Foto noch vom Geist sehen? Ah ja, an die alte Frau wieder mit der Sichel. Ja. Ja, warte, das muss wir nach oben. Die ist eh so ein bisschen träge immer. Ja, die stand da halt. Warum sehe ich das mit doch nichts? Ich habe zwei schöne Bilder gemacht. Bild 2 und Bild 3. Ok, haben wir alle eingestellt? Ja. So, ja. Ich bin dann erstmal... Machen wir uns los. Noch mal schön abcashen. Boah.